Warum sollte man in der Prävention, in der Vorbeugung dafür sorgen, dass man gut elastisch bleibt, dass die Muskulatur, die mit dem Gelenk korrespondieren, eben sehr beweglich bleiben. Infolgedessen habe ich keine Kompression auf die Blut- und Nervengefäße. Infolgedessen wird das Gelenk gut versorgt, aber auch wieder entsorgt. Und es sollte natürlich möglichst viel gehen. Der Walk-Rollmechanismus ist eigentlich eine sehr gute präventive Therapie für unseren Knorpel.